Kein, kein Dings hier. Ne, wie gesagt, wenn du Tiere siehst, alle abschlachten. Cool, ich hab Bücherregale. So, ich... Abschlacht, mitnimm. Was, abschlachten, die Bücherregale? Mitnimm. Wo sind die ganzen Dorfbewohner hier? Schon abgeschlachtet. Ach gut, ich hab so einen Stachel. Da kann ich notfalls den Werwolf vergüften. Dirk, damit du Bescheid willst, ich baue für uns jetzt unten in den Keller aus. Ja, aber bitte nie die Maschinen, wo wir diesen Frontern haben. Ne, dann, ja klar, da pass ich schon auf. Da pass ich schon auf. Weil, da müssen wir alles neu formen, neu herstellen. Das ist... Also hast du gehört, Dirk, ja? Ja. Alles, was du... Warum verwandelt sich der Werwolf nie zurück? Weil er dumm ist. War das ein echter Sche? Ist doch Tag, oder? Ja. Äh, ja. Du musst ja Eis als Mensch tun. Oh, ich hab Eisen oder sowas gefunden. Mitnimm. Ich will die Mörner aber allen nochmal mitnimm'n hier. Tut mir leid, ich muss jetzt hier leider das zerstören. Schlangen sind ohne Haufen hier. Kill das gelumpe, Mensch. Warum treiben ja die Dorfbewohnern hier an, aber mich will man. Weil das kann. Ich hab jetzt 20... Ich hab jetzt 20... Nee, ich hab ne Mietze, ich hab ne Muschie gefunden. Jaa... Der hat gesagt, der will, braucht man ne Angel. Mhh... Ich nehm elf Karotten, will ich hier noch ein paar Karotten, die nachwachsen können. Jaa, nimm mit. Jaa, ne Angel. Kannst du auch bei uns werden, dann kannst du angeln damit. Nee, weil er sagte, äh, weil du sagtest, äh, du hast ne Katze gefunden, und dann meinte er, ja, da braucht man ne Angel. Jaa, um Fische. Um Fische zu fangen, und mit dem Fischen kannst du dann die Mietzen fangen. Und ne Angel wird doch bloß aus dem Stock und ne Schnur gemacht. Zwo Schnur. Ja, Schnur. Schnur, haben wir doch. Ich hab'n Oga gehört, ich hab'n Oga gehört. Hast du Waffe mit? Ähm, ich, ich will erst mal ins Haus gehen. Cool, ich kann durch die Dach schocken. Ja, mach, guck oben. Ah, hier ist die Leitung, sehr schön. Irgendwo hab' ich'n Oga gehört. Ähm, ähm. Weißt du, nee, jetzt noch mal auf. Ich kann durch die Landschaft gucken. Das ist scheiße. X-Ray ist scheiße. Wo bist du überhaupt, Dirk, Sven? Keller. Ah, stimmt. Genau, hast' ja gesagt. Kaktus im Ruhmisch. Du, 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 du. Also ich bin jetzt schon mal unten bei deiner Leitung, wo wir dann abswacken müssen. Ja. Da pump' mir einfach die Scheiße zurück, weißt du? Ja, aber tu bitte, äh, Behälter schon mal, fast. Ähm. Geh'n ganz einfach, Glas ringsherum. Das ist'n Tanks, also, Glas, außer in der Mitte, leer lassen. Ja, ich muss auch mal Sand sammeln. Ja, es ist, es wird dunkel, Jungs. Ja, ich bin cool. Wir haben's, wir haben's Halbtag. Ja, Halbtag. Ich bin jetzt auf dem Ozean, also mir kann erst mal nichts passieren. Ich habe, ich habe wieder Fleisch und Leder. Ich höre. Und Bücherregale hab' ich auch von mir abgefragt. Ich habe sogar, ähm, Kopferohr hab' ich. Ich hab' Kupferohr. Das ist gut. Kupferohr. 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 Das ist sehr gut. Jetzt weiß ich auch, wie das Kupferohr aussieht. Kann ich verarbeiten mit mir ein Schwert draus machen, ja? Nee, brauchen wir vier Leitungen. Oh, jetzt. Ich seh' den Mensch hier als Werber, als Mensch aussieht, nur mal zu mir. Hä? Der hat gerade zu mir gesagt, hier, der Mensch, der hat's Werber aufziehen, komm, helf mir. Kill ihn. Ja, helf mir. Der war auf der Insel. Der war auf der Insel, dieser Mensch, der hat sich verwandelt, der so, komm zu mir, helf mir. Geh noch nicht zu mir hin, hier, voll die Falle. Oh, ich habe, glaube, Uran gefunden oder sowas. Mitbringen. Ja, ich glaube. Ich habe einen Oga gefunden. Ja? Mitbringen. Nee, weglassen. Ich krieg den nie gekillt, der ist zu weit weg. Ey, seh, hoffentlich ist, ich bin gleich zu Hause. Und ich habe jetzt alles mit, hoffentlich auch im Lock. Seid ihr am Haus drin? Ich hab ihn gekillt. Gut. Hat er Schaden angerichtet? Ich weiß es nicht, ich gehe nicht runter. Hinten ist noch ein Oga. Ich habe ihn gerade durch die Landschaft gesehen, ganz viele hinten. Was ist viele? Hinter unserem Haus. Fünf Stück. Ich komme schlafen. Habe ich dich jetzt gehauen? Ja. Ja, ich sehe auch einen Oga. Einen Feueroga. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Ey, Monster sind in der Nähe. Mist, kann ich nicht hin. Seid ihr mit dem Haus oder? Auf dem Dache. Ey. Fuck. Ja, hinter dir war ein Vieh. Ich hab die. Ja, toll. Ja, toll. Oh, toll. Wie schlägt. Wie schlägt. Dein Buddy. Oder dein Flabby. Oder was weiß ich, wie das heißt. Mein Bucky? Ja, dann killen. Nee. Ach nee, der ist halt zum Reiten. Nee. Ich bin drinne. Wie ich so tut. Ich bin im Bett. Los, Matthias Dirk, ins Bett. Ich kann nie. Die Monsters, ne, nee. Steht nie. Dann komm hier rüber. Dann komm hier rüber. Komm hier rüber mit deinem Bett, Mensch. Nee, ich geh zum Sven. Das ist schon zu nix. Nee, ich geh bei mir ohne. Nee, ich bin hier zum Mann. Ich hab alles einsteckt. In die Möhren und sowas. Wie kann ich pennen, Juhu? Was machst du? Nein, ich hab keinen Sinn. Hä, wie kann das gehen? Denk dich jetzt hin. Macht jetzt ein rotes Auge. Ich hab Angst. Der ist gesessen vom Werwolf. Kommt jetzt ins Bett. Ja, ich muss das mal in mein Bett nehmen. Matti hat aber dann nie weg haben, wenn aufgestammelt geb ich dir schon mal die Gerotten und die Artouffel. Das ist gut. Hier, ich bin hinter dir. Lass die Betten aber ja stehen, ey. Lass mich erst mal durch. Hat einer Glas? Ich will Glas machen. Glas will ich noch machen. Warte mal, wo bist du denn Sven hier? Ich hab Bücher. Ich brauch bloß sechs Glas. Ne, ich hab keinen Platz mehr. Ich kann nichts mehr nehmen. Musst du mal alles. Gepaird, hörsch. Ey, warte mal, kommt bei mir ein Bücherregolken. Nein. Doch, will aber eh. Och, hat keinen Glas. Und... Hab ich Glas bei mir drin? Ja, sogar Diamanten. Ey, könnt ihr mal eh nach oben aufm Balkon gucken, ob ein Oga draußen ist? Ich hab nich gesehen. Das sind so... Ich mach jetzt mal ganz schnell Glas für uns alle. Ich tu sie, ich tu sie mal. Du, komm mal raus. Du, komm mal raus. Ich brauch deine Hilfe. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Hat sie erledigt. Ne, hat sie erledigt. Bist du gestorben? Nein. Ach, bist du unten jetzt, Sven, oder bist du... Ja, ich tu schnell hier Sand abbauen für Glas. Wo willst du denn das reinsetzen? Das musst du mir nur kurz sagen. Äh, in den Ofen. Wo, wo... Ach, wo die Pumpe jetzt hier lang geht, oder was? Wo der auch Eingang ist, oder was? Da, ich guck' ich das an. Das kommt ein extra Zimmer richtig hin und dann... ... wird alles dort für die Elektrik und deine Pumpe gebracht. Ja, hat eh ne... Ich muss aber gucken... Das gibt's doch! Nee, ey. Wie sieht denn das hier drin aus, ey? Weil mal der Eingang steigen muss sich weg. Das stört. Ich könnte kotzen, ey. Wie sieht denn das hier aus, ey? Aber bitte die Möhren jetzt hier nie verlieren, oder irgendwas? Oder die Gehorten ist... Du hast hier doch einen Wegpunkt zu dem Dorf gelegt, oder? Ja, aber es muss ja nicht extra sein jetzt wieder, dass man das... Wisst du, ich meine... Hier ist ne Stange... Ich lass mal das weit... Hier ist ein Enderman. Genau unten im Haus. Oh Gott, der Pumpe ist von Enderman gekillt worden. Ja, dieser... ... blöde Enderman. Der muss... ... irgendwo die Schafe worden. Wie kommt denn der schon wieder hin? Wie, meine Schafe da? Nee, nee, nee. Warte mal, ich muss einsammeln. Ja, sammle einen, ich guck nachfängen. Ich komm ja nicht vor... Scheiß Enderman. Kommt denn der unten dort rein? Ich will mein Zeug alles haben. Du, ich hab Ratten... Ich hab Rattenfressen. Der will mich töten. Geh weg, Matthias Dirk. Ja. Ich hab Rattenfressen. Also... Der ist weg, du kannst schnell rein. Der ist weg, du kannst schnell rein. Ich hab Rattenfleisch. Warte mal, wir haben grad mit Enderman Probleme. Oh, das hört sehr cool an. Das hört sich ja wie echt wie im Enderman gerade angehört. Oh scheiße. Der muss hier irgendwo noch sein. Oh scheiße. Verrotten. Ich muss was fressen. Ja, ich auch, aber... Wo sind die Bücher? Oh. Oh ne, der hat die Bücherregale geklaut. Das ist dreck so viel. Und hast du sie einsam eingesehen? Nee. Nee, es ist 824 Bücher hab ich bekommen. Ach, ihr habt ja auch schon Rattenfressen. Ja. Was anderes haben wir nicht. Achso, ich wollte ja mal die Schrägen zeigen, die ich gefunden hab. Hier, so sind die auch so fast. Warte mal, ich kann ja... Ja, guck mal hin. Genau das sind die Dinger. Die wollte ich zum Dach nehmen. Ja. Da war so nicht sowas zur Zeichnung. Tropfügel hier. Was ist das? So was haben wir auch noch? So ne Zeichnung. So ne Zeichnung. Was bedeutet zur Zeichnung? Keine Ahnung. Das ist so als Optik. Da kann man das jetzt so hin tun und so ist... Macht ihr. Hm. Ich hol jetzt erstmal diese Lenkumpumpen jetzt erstmal ein Holzenswasser vor. Ich könnt's auch kosten ey. Das sieht aus wie ein Kraut im drüben hier drin ey. Das sieht alles hier so ganz katastrophal aus. Hau doch nicht so auf. Wir schissen hier ey. Das halbe Feld war kaputt und ist immer noch kaputt. Habt ihr jetzt Kopper? Nein. Ich brauch wegen den Fränzsch das jetzt leider. Musst du, musst du, musst du in die Fressenkiste gucken. Brauch ich aber... Brauch ich leider. Musst du in die Fressenkiste gucken. Ja klar. Äh wenn ihr Ratten seht. Killt die Ratten, das gibt Rattenfleisch. Nur mal so als Hinweis. Fress doch keine Ratten. Das Beste was du ganz so angetauten bekommen hast. Ich hab das Ding gesagt. Ach ihr seid doch. Ihr seid doch. Heute gibt's Hühnchen. Ne die Kattesche ne. Nur Wolf macht das zum zu verwandelt hier. Falsche Ratte oder sowas. Ich hör'n Wolf. Wer Wolf? Ich guck ihn Kopper. Hast mich angelogen. Hab du mal in die Fressenkiste guckst, da hab ich sechs Kopper drinne. 2 ist... Ach Kopperohr, das ist 5 oder? Oh ne. Geh weg. Geh weg. Achso. Hast 500 reingetan. Was ist denn hier drinne? Klaas. Klaas. Ich brauche... Ich brauche doch 2... 3 Firma Glas. Ich lade... Ich brauche erstmal dieses French, weil der ist das Herr das unten haben. Die Maschinen, das hat er vorher das gesagt. Ne, das ist besser gewesen. Die Ofen auch oder? Und die Ofen auch oder wie? Ne, die Ofen bleiben oben. Die werden mit Kabel verbunden dann. Achso, gut. Du meinst jetzt bloß den... Die ganze Apparatur mit Strom. Apparatur mit Strom nach unten. Genau. Achso, mit dem... mit dem Kompressor. Und da kann man nämlich den Strom dann immer von unten abzwacken in die nächsten Apparaturen rein. Gut. Hast du dann Kabel auch das um hochzuziehen, dass der Strom rankommt? Ach klar, das kriegen wir alles mit. Ach, Mensch, Junge. Ach, ich brauche Bronze, wie macht man jetzt Bronze? Musst du mal gut gehen. Warte mal. Stimmt, aus unregendem Material hier. Warte mal, ne, hier waren noch. Und die andere Dinger. Bronze, sagst du? Eisen... Bronze, wird das Sinn oder was? Warte mal, das muss mal rüber. Guck, hat Sinn oder was ist. Oder wir machen gleich goldene Kabel, wa? Ach, brauche mal auf dem Gold-Bahn. Gold ist nur Optik. Ne, für das French brauche ich aber hier. Gold ist nur Optik. Das ist immer nur Täuschung, dass es nur besser wird. Ne, das ist, glaube ich, für die Haltbarkeit, oder? Hä? Die Schlange hat gerade einen Schneeball fallen müssen. Was? Oder ein Ei. Pass auf, lieber, das ist ein Ei. Echt jetzt? Hier kommt das Junge gleich raus. Cool, ich hab ne Darkling, kann ich ne Schlange für mich beschwören? Oh Gott. Geil, ich kann echt ne Schlange machen, ist das geil! Hä? Ich hab kleine schwarze Schlange für mich. Ähm, Jungs, Jungs. Ja? Haben wir, haben wir Kürbis? Nein. Dirk, hast du unterwegs Kürbis gefunden? Ne, Kürbis hab ich doch mitgebracht, ich hab schon in die Kiste getan. Bist du sicher? Ja, das war, in jeder Folge, komplette Kürbisse, keine Samen. Ähm, ich kann ja noch mal gucken in dem Lager, sag ich dir Bescheid. Bringst du mir, bringst du mir vier, bringst du mir vier Bretter mit, wo ich draufschreiben kann? Hier liegt jetzt das Ei rum. Das ist das Ei, das ist mein Ei, das ist mir die schwarze Schlange, lass mal! Wie greift ihr euch denn hier an, ist ja meine. Äh, das wär mal ja Sepp. Warte, ich wollte erst mal gucken, hat man hier ne Borgbank oder sowas hier? Ja, hab ich extra leider nebenhin gebaut damit. Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Dirk? Ja? Hast du... Hast du unterwegs die Tiere gekellert?